Leute, normalerweise mache ich nicht so viele Videos pro Tag, aber heute muss das mal sein. Ich habe gerade auf meinem Kanal geguckt und ich habe die 125.000 Aufrufe überschritten. Das heißt, ich habe jetzt mehr als ein Achtel Millionen Aufrufe und das wird gefeiert. Und zwar morgen am Ostermontag, zusätzlich zum Ostermontag. Also seid bitte um 17 Uhr und jetzt...